Die Sonnenwendfeier am Krischberg im Silbertal, dem Genießerberg im Montafon, war wieder ein voller Erfolg. Die atemberaubende Naturkulisse mit den unzähligen Bergfeuern begeisterte über 130 Personen. Ein großer Dank gilt den Silbertaler Bergfreunden und allen, die dieses ganz besondere Schauspiel ermöglicht haben. Falls auch du beim nächsten Mal mit dabei sein möchtest, melde dich bitte zeitnah an und genieße mit uns diesen beeindruckenden Montafona-Brauchtum. Wir, das Team von Panorama-Kastoff-Krischberg, freuen uns schon sehr auf dich.